beschreiben Sie C-A-M genau nun auch hier empfiehlt es sich einfach vom Wort aus zu gehen C-Computer E-Edit das heißt, das können wir wiederum übersetzen mit Computerhilfe, ja das wäre die wörtliche Übersetzung oder Computer gestützt mit Hilfe des Computers jetzt nur noch die Frage was und da haben wir das Manufacturing und Manufacturing ist die Fertigung mit Hilfe des Computers fertigen und wie sieht das aus nun das bedeutet Maschinen steuern und überwachen was sind das für Maschinen das sind Industrieroboter Roboter Industrieroboter das ist C-A-M wollen Sie lernen ohne zu leiden dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem mein Name ist Marius Ebert vielen Dank Sie haben des Hals die 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 er ist Vielen Dank.